Hallo, bonjour und herzlich willkommen zu Donkey Kong Robital Freeze. Natürlich hier mit einer neuen Aufnahmesession wieder mal am Start. Und ich habe euch ja angekündigt gehabt, bzw. ich hatte für mich entschlossen gehabt, dass ich Offline-Modus mir hier bei Level 1 und Level 3, glaube ich war das, mir die Sterne hier mal hole, bzw. die Buchstaben. Und ja, das habe ich auch getan, und zwar aus dem folgenden Gründe, da ich euch ganz gerne mal hier die Bonus-Episode, bzw. die Bonus-Mission präsentieren möchte. Und ja, die werden wir natürlich heute auch in Angriff nehmen. Hopp, hopp, hurra, heißt das ganze Stück hier. Und da werden wir jetzt auch reingehen ohne großes Wenn und Aber. Und ja, wie soll ich sagen, es ist nicht einfach, diese Buchstaben hier in den Level zu bekommen in Donkey Kong. Es ist, wenn man vorher noch nie irgendwie so ein Triple-Freeze-übergreifender Plattformer, sag ich jetzt mal so, gespielt hat. Deswegen habe ich mir das Ganze hier so ein bisschen Offline geholt. Und wir gehen jetzt aber trotz alledem in dieses Level rein und werden hier gar nicht groß lange drum herum reden. Bist du bereit? Natürlich! So, und ich bin gespannt, wie dieses Bonus-Level sein wird. Hopp, hopp, hurra! Das ist ein schöner Titel. So, und wieder mit Donkey Kong sind wir hier. Und Dixie, Donkey und Dixie, müsste doch, glaube ich, Dixie sein. Wir haben natürlich aber auch uns ein paar Hätzchen gekauft. Und ich glaube, die Hätzchen, die wir uns hier im Shop kaufen... Musst du mal hier kurz gucken. Zack! Ja, alles klar. So, gut. Die Hätzchen, die wir uns natürlich auch im Shop kaufen, ich glaube, die werden... Äh... Im Laufe des... Na los, komm schon, zieh an, ihr Wien, Mann! Ja! Huch, hola! Was ist das denn hier? Ey! Ey! Ja, klasse! Toll! Ich eine Banane erwischt! So ein Scheiß! Ja, das war natürlich ein Griff ins Klo, würde ich mal so behaupten. Ja, die Bonus-Mission, die wir hier jetzt haben, freue ich mich schon sehr drauf. Huch! Zack! Na los! Ja! Ja, das ist hier wieder so ein Ding. Oh, da komme ich gar nicht ran. Ist es denn? Vielleicht kommen wir von der Plattform aus ran. Durch... Ist ja gut möglich. Jawohl! So kommen wir natürlich ran an der ganze... An die ganze Materie. Äh, was ich euch sagen wollte ist, ähm... Na, und... Bäm's! Oh, wir müssen hier ein bisschen kurz konzentrieren hier. Ein klein wenig. Oh je. Oh je. Oh je. Jawohl. Okay, wir haben es noch gekriegt. Die Münze. So, und... Ab dafür. Na, es ist nicht so gut gelaufen. Aber jetzt... Man muss sich erstmal so ein bisschen... Ja, man muss sich echt mit den Materienern vertraut machen. Denn, äh... Die Bananen, die wir hier auch einsammeln können, die können... Ebenfalls ein Herzchen oder auch einen Buchstaben ausspucken. Und da muss man... Aaaah! Nicht so wie ich jetzt hier versagen. Scheiße. Bäh! Das war ja jetzt... Das war jetzt so scheiße von mir. Oh man ey. Storm. Das war... Typisches Vorführeffekt wieder. Wie soll es auch anders sein? Ich meine... Ich meine natürlich... Hey! Ich wollte euch natürlich zeigen, wie man hier stirbt, hier in diesem Spiel. Achso, ich habe ja gar nicht, äh... Dixi auf dem Rücken. So. Kurz... Kurz konzentrieren. So. Und rüber da. Und jetzt haben wir... Ja, ich komme. Zack! Zack und da will ich auch schon. So. Jetzt aber ein bisschen... Bisschen Concentrations. Und so. Glaub ich schon. Ja? Ja. So. Ich nehme auch noch mit hier. So, gut. Äh... Was wollte ich sagen? Wo bin ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ich bin jetzt schon wieder raus aus der Materie. Hier. Auch hier. Sliden. Oh. Moment. Jawoll. Geil. Jawoll. Achso. So. So muss ich das machen. Eww. Gib mir die Ball an. Ich brauche... Ey! Nein! Oh Gott sei Dank. So. Jetzt habe ich auch genug Ballon. Ja. Was ich jetzt sagen wollte ist... Ähm... Ich hatte euch ja gebeten mir mal zu verraten. Für... Die Leute... Ach guck mal. Da habe ich schon das... Den ersten Buchstaben. So. Gib mir die Mütze. Jawoll. Für so Trapolin hier. Nice. Nice one. Äh... Ich hatte euch ja gebeten gehabt mir mal... In die Kommentare zu schreiben... Was es äh... Mit diesen... Was es mit diesen... Mit diesen... Einschlagen der Kongs auf sich hat. Darauf hat sich natürlich keiner gemeldet. Finde ich ein bisschen schade. Aber ich denke mal... Auch aus dem Grunde... Weil... Einige vielleicht auch... Das Spiel... Eventuell nicht kennen. Oder einfach das Video gleich gesehen haben. Oder es für Lul und Dichtige erschienen haben. Nur einfach drauf geschissen. Auf Deutsch gesagt. Ähm... Ja... Finde ich ein bisschen schade. Weil gerade bei... Solchen Informationen... So. Hätte ich mir da doch schon... Jo... Wie soll ich sagen... Gewünscht, dass man mir da so ein bisschen... Aufschussreife Informationen gibt. Schon allein deswegen... Oh... Oh... Shit. So... Schon allein deswegen... Da ich ja auch nicht... Mich gar so auskenne... Mit Donkey Kong. Weil ich ja... Früher nur den klassischen... Ableger gespielt habe. So... Und das ziehen wir auch noch mal raus hier. Und schnappen uns mal hier... Die ganzen... Bananen. Was kriegen wir jetzt schönes? Ach... Eine Münze. Habe gedacht... Da kommt jetzt ein zweiter Puzzle oder so. Äh... Ich werde jetzt natürlich nicht gezielt auf die Puzzle... Eingehen. Nein! Da hätte ich... Da hätte ich höher springen müssen. Alter... Ist das doch bitter. Ist das doch bitter. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. So... Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt komme ich an die Bananen nicht an, oder? Doch. Die Bananen kriege ich noch mit. Alles klar. Ist entfernt. Ist auch online. Den Buchstaben da oben haben wir glaube ich schon. Ich nehme den... Trotz all dem noch mit. Falls wir die Licht haben sollten. Das Level ist nicht so einfach wie es... Sein Anschein hat. Oh... Vorsichtig. So. Alter. Ist das doch... Die Möglichkeit... Manchmal trifft man auch so. Oh... 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 Jetzt seid ihr voll am schwitzen. Ähh... Ab dafür. Oh... 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 oh gott das schaffe ich doch nie das ist doch das ist doch ich hab's ich hab das schwede ich hab's geschafft gott war das schwer das war jetzt wirklich eine geburt falls dieses level hier dieses bonus level hat es ganz schön in sich okay alter ich habe endlich ein checkpoint erreicht sehr gut nein oh gott oh gott da ist eine liane jetzt muss ich aufpassen muss ich erstmal gut timen wo kommt die liane ich bin ich gerade drüben ich habe der puzzle den ich mitgenommen aber das war mir jetzt Ganz ehrlich, Leute, das war mir jetzt sowas von scheißegal. Das war mir jetzt wirklich sowas von scheißegal. Oh Gott, das Willen, ey. Ey, diese Level hat echt in sich hier. Was ich hier, was ich hier schneiden muss hier an diesem Level. Drei von fünf. Ui. Okay, die Bandanen sind mir jetzt egal. Ich will einfach nur noch durch. Das Level war echt ein Horror. Das G habe ich nicht mitgenommen. Schade. Ja, das muss ich... Das muss ich dann irgendwie... Erwärter nochmal offline machen oder... Ja, Gottes Willen. Ja, Gottes Willen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018